ja hallo servus und grüß euch herzlich willkommen zurück ich drücke mich noch immer vor dem großen krieg und da steht irgendwas mit krypto eingang aber ich weiß auch kamera war nicht fertig vielleicht die brücke nehmen sollen okay da haben wir noch einige lassen einfach da mal runterfallen natürlich jetzt auch blöde ist weil ich wollte das bonfire dazu nutzen dass wir reisen so mal sehen da jetzt ich weiß nicht ob wir da schon mal waren wenn nicht folgen wir der story mission in der nächsten folge da waren wir noch nicht okay wir machen die krypto da waren wir definitiv noch nicht und gold nimm doch das goldschild mit mehr wert dass die ganzen münzen die wir darum schleppen ja münzen wir haben viel zu wenig münzen wir können uns nichts sinnvolles kaufen so ich geh auf den bogen einfach weil wir auch zu man können und uns details besser ansehen können und nachdem der eingang versiegelt war sollten wir ja eine trinity freie zone haben und ich habe schon wieder diese typische das typische gänsehaut feeling beim neu entdecken oh das ist eine richtige goldkammer was ist das für eine rüstung mongolisch vorratsschuppenartikel erhält ich ja aber das eigentlich wer sich erinnern kann wer tatsächlich diesem let's play folgt vor drei oder vier folgen bin ich ja vor dem krieg geflohen ja eigentlich gar nicht das plan ich wollte nur was einkaufen nötiges stuff für den krieg aber naja das hat sich dann halt so ergeben ist das römisch ach ich weiß es nicht wenn wer weiß was für eine rüstung das sein soll das sieht irgendwie so gladiator mäßig aus schreibt mir das in die kommentare die beiden kollegen die beiden kollegen wow das ist halt etwas es ging etwas sehr leicht so ohne fallen ohne gar nichts ich vertraue dem frieden nicht oh was haben wir da damien der baumeister des propheten griechisch level 5 schade ich dachte wir können das auch untersuchen ok ich will da nicht rein ins wasser vor allem wie kann man da hoch ja dann gehen wir wieder raus städte baut man nicht mit plänen allein man braucht material und jemanden der weiß wie man baut damien war dieser jemand es heißt er konnte steine nur aus einer handvoll erde und einer zunderbüchse brennen sein handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein seine hand gab den träumen der architektin eine form ja so quasi mcgaivers urgroßvater da wir gehen nochmal tauchen gar nicht in dem spiel oder da geht es nicht weiter dann außen rum ich hoffe es weil sonst hätte ich keinen Weg gesehen ok wir brauchen das wertvolle gold oder was das ich weiß gar nicht gibt es in dem teil überhaupt gold oder war das nur im dreierteil keine ahnung keine ahnung ah ich vertraue dem ganzen nicht aber was solls jetzt sind wir schon mal da interessanter ort entdeckt was sagt die karte wenn sie schon aktualisiert Wandgemälde das möchte ich auf alle Fälle nach hinten nehmen bevor ich bin sicher wir triggern irgendwas schlimmes ok Münzversteck wo ist das Wandgemälde verdammt war das da oben das wäre jetzt natürlich tragisch naja gut mal sehen was diese Krypto für uns bereithält antiker bogen 2 von 4 und 3000 credits na gut ok jetzt ist es verschwunden naja dann hätte ich wenn man die Krypto auch erforscht fallen wir da keine drinnen dann würde ich ja fast mal sagen ging schneller als gedacht das heißt wir können uns tatsächlich wieder in die Hauptmission stürzen progress wobei ja es ist ja natürlich auch diese kleinen versteckten Gräber und Krypten zu durchforschen ist natürlich auch progress also so ist ja nicht dass gar nichts weiter geht wir brauchen das Basislager ist über uns da hätten wir noch eine Kiste warum ich die bis heute nicht mitgenommen habe ich weiß es nicht so genau was sind wir denn jetzt da wir waren doch in dieser Hütte waren wir ja schon 10.000 mal wo ist denn da noch eine Kiste versteckt wo ist denn da noch eine Kiste versteckt unter uns unter uns oh aha ich komme wieder unten rein aah Scheibenkleister wie ich halt jedes mal in einer neuen Aufnahmesession Giftfell verfalle schwere Pistole ich kann ja nicht mal mit der leichten Pistole umgehen jetzt soll ich mich mit einer schweren abschleppen ok genug Blödsinn gequatscht ich habe jetzt eigentlich fast alles mitgenommen da oben hätten wir noch ein ja das ist im gesamten Gebiet will ich jetzt nicht machen Herausforderungsgrab das muss ich mir noch überlegen wie wir dort hinfinden was haben wir da Überlebensversteck das haben wir auch noch nicht gefunden die sind aber immer ganz interessant weil da ja diese Aufzeichnungen zu entdecken sind aber egal wir müssen Sophia und Jacob helfen und mit 9 Minuten Aufnahmezeit können wir das oh Fähigkeitenpunkt können wir das natürlich so was haben wir denn noch Tod von oben brauchen wir nicht wirklich geräuschloser Killer erledigen sie Gegner geräuschlos ohne Feinde in der Nähe zu Alaminieren Alaminieren ich glaube ich sollte schlafen gehen starke Medizin Adrenalin erleiden sie nach einem erfolgreichen lautlosen Kill keinen Schaden durch Feinde ja wenn er erfolgreich erfolgreich lautlos ist hören uns die ja nicht wenn wir geräuschloser Killer lernen behaupte ich mal wir werden es rausfinden so schnelle Reise Basislager Tal gehöft aktuelles Einsatzziel jo da wollen wir hin also wollen wir müssen wir müssen wir können die ja nicht ganz auf sich allein gestellt lassen auf den Krieg vorbereiten Jacob lebt er hat nur wenig abbekommen und wir haben sein Dorf erreicht Jacobs Tochter Sophia hat mich fast umgebracht wenn ich die verlorene Stadt finden will muss ich ihr Vertrauen gewinnen aber eine Armee ist auf dem Weg hierher und das könnte meine Schuld sein ich muss ihnen zur Seite stehen wenn der Kampf beginnt das tun wir jetzt und ich glaube ich hoffe es wird nicht so schlimm mal schauen wahrscheinlich kann man jetzt 5 naja ich weiß nicht wir hatten schon lange keinen Boss mehr vielleicht kann man doch mehr als nur 5 Gegner aber egal ich vertraue unseren Skills und unseren mittlerweile nur mehr 2 Giftpfeilen die können halt schon einiges Regeln Geothermales ja da Herausforderungen 12.8 von Pfeilen gefunden da haben wir eigentlich auch ganz schön gelootet da oben ist noch ein Dokument das checken wir noch ab hallo hallo muss da hinten eben sein das nehmen wir noch mit ach die dramatische Musik ha 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 schön wieder hier zu sein oh Monolith jetzt verstehe ich sie erzählt von etwas Verborgenem cool hätte sich nicht ausgezahlt hätte man nicht die Zwischenmission erledigt so da ist ein Wünsversteck wie viel haben wir jetzt 2 3 15 gut vielleicht erreichen wir doch irgendwann mal eine Summe wo uns der Händler auch tatsächlich was Sinnvolles verkaufen kann so da hinten da waren wir eigentlich überhaupt noch gar nicht vielleicht sollte man das durchaus mal machen vor dem großen Krieg wir müssen die Landschaft kennenlernen ein das ist wo ihr dachtet lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun das ist eure erste Lektion alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht die Schlauen unter euch die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können erwartet nun die erste Aufgabe Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Tja, wer lesen kann, ist klar von Vorteil. Coole Prüfung, so kann man die Leute auch dazu zwingen, dass sie was tun. Ist das was, was man durchschneiden kann? Oh, das könnte man durchschneiden. Schneiden sie alle Kaninchen los. Ja, aber jedenfalls, wie gesagt, wenn wir unsere Umgebung kennen. Ich weiß ja nicht, was uns bevorsteht. Aber es kann gar nicht mal so schaden, taktische Punkte ausfindig zu machen. Da können wir dann rübersliden. Die Seilbahn ins Tal. Na, naja, mit dem Balancieren ist das jetzt nicht unbedingt gut. Gut um sich gestellt. Können wir da, können wir da rotterspielen? Na, richtig schöne Gebirgezahnderung. Wie lange haben wir noch bis zum Ziel? Ganz schönes Stückchen. Ja, da bräuchte man halt so ein richtig geiles Snipergewehr, wenn wirklich die Gegnermassen kommen. Wobei andererseits, wir sind schon ziemlich weit weg von dort, wo wir sein sollten, und den Turm weiß ich auch noch nicht, wie wir hochkommen. Da hat sich auch was versteckt. Aber naja, vielleicht finden wir das noch alles. Okay, kann ich das springen? Wie komme ich denn dort hin? Wer kann den anderen, die scheiß Granate zurückrollen? Andererseits, ja, ich meine, Helberg ab und so. Wie komme ich denn dort hin? Hätten wir von der anderen Seite und so? Wahrscheinlich. Oh, ich traue mich nicht. Wir versuchen es normal auf der anderen Seite. Okay, sie wird zumindest nicht abgetrieben. Ja, von wegen Eichhörnchen bleiben auf ihren Bäumen. Ich ziehe den AGD. Oh, nice. Und ihr wisst, was das bedeutet? Ich würde verzögern, die kriegen noch um ein kleines Stückchen. Dabei wollte ich eigentlich das Dokument dort oben finden. Mal sehen. Ja, zuwerten auf, oh, da sind viele Herausforderungsgräber. Okay, ich befürchte ja fast. Da war ein Bier eingezeichnet. Okay, sie steckt es wieder weg. Na gut. Da steckt ihn ja ein. Huh. RB gedrückt halten, Giftpfeile herstellen. Mal sehen, ob wir... Oh, das wird wieder ein spannendes Grab. Ja, sorry Leute. Dann verzögern wir den Krieg nochmal. Mal ein kleines Stück. Und B anfangen. Giftpfeile sind wieder voll. Normale Pfeile. Und wir haben keine schwere Munition benötigt. So, das ist wieder nur Magnesite jetzt. Ja, leider. Was klingt denn da die ganze Zeit? So. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Atem. Atem. Was? Ich komme nicht mehr hoch. Ja, ich würde gerne. Doch. Wir haben kein Atemgerät. Wir können... Ja, schade. Naja. Wenigstens haben wir ein Bärenfell bekommen. Neunze Minuten. Vier von acht. Wäre natürlich auch spannend, da alle zu finden. Aber... Ich glaube nicht für das Let's Play. Das wäre dann langweilig. Okay. Das fällt mal flach. Wie wir da hochkommen. Ich weiß es nicht. Das war ja da an der Stelle versperrt. Und da vorne wird jedenfalls... Das aktuelle Einsatzziel getriggert. Und... Das würde ich echt gerne in der nächsten Aufnahmesession machen. Weil ich glaube, dass uns... Die Action wird sich dann wahrscheinlich wieder voll überschlagen. Und... Das wäre dann natürlich ein richtig blöder Moment, dann irgendwelche Cuts zu setzen. Beziehungsweise Monumenten. Das ist da drüben. Und ich schätze mal da oben. Und wir können uns da gerne mal umsehen. Moment. Jetzt wollen wir schon mal da sein. Wow. So. Das oder das da oben? Was ist denn ein Unterschied? Also relativ. Also schon allein das Rätsel, was man mit ihm verbindet. Da könnte man auch noch was verbinden. Und dorthin... Ich würde gerne irgendwas da rüber verbinden, damit wir gleich hochklettern können. Wie geht das? Kann sie da jetzt? Kann sie da jetzt? Sie kann ja da jetzt... Ich würde gerne... Ich würde gerne... Mal sehen, was ich tun kann. Wobei, wir haben ja schon eine Menge geholfen. So, zieh dich hoch. Scheibengleister, wir kommen da nicht mehr hoch, oder wie? Das ist jetzt wirklich richtig dumm von mir. Oh ja. Ein Versuch haben wir noch. Ich will noch nicht die Mission triggern. Und von wegen helfen sie. Ja, wir haben es ja versucht in den letzten Folgen. Die waren ja alle schwer beschäftigt. Waren wir da schon drin? Ja klar, da waren wir überall schon drinnen. Die haben jetzt nicht so gewirkt, dass... Hätten die unbedingt Zeit drauf, dass wir dann helfen. Oh, da ist noch eine Schicht... Zielscheibe da unten. Wie schicht die jetzt noch von da? Das wäre geil. Hehehehe. Shit. Nur noch drei Stück? Boah, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob sich das ausgeht. So. Den ganzen Weg zurück, nur um drauf zu kommen, und dass uns da oben wahrscheinlich auch hier nur Spezialwerkzeug fehlt, für den frühen Tempel. Und ich dachte, wir können vielleicht bei dem Seil wieder hochklettern. Aber... Look. Plan, Theorie und Wirklichkeit. Shit. 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 Hehehehe. Hehehe. Die haben hier rumknabbern. Ja. Wir brauchen was Schnelleres. Das... Das... Das geht nicht gut. Mit Pfeil und Bogen und so. Auf dem engen Gebiet. Nice. Uh. Oh. 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 Wo ist er? Da sind viel zu viele Kugeln, viel zu viele Kugeln. Aber dafür eine Menge Fell. Auf allem auch die großartigen Fälle mit den zwei Sternen. Wo komme ich da jetzt durch? Einer war ja noch da. Der holt jetzt sicher Hilfe. Na gut, egal. Lagerfeuer wäre nett. Oder vielleicht, ja. Oh, der. Speicher zwischen. Na gut. 25 Minuten. Wir haben da, was haben wir da? Ein Herausforderungsgrabe entdeckt. Und ja, ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Papa.